Sie mussten die Deutschen also aus Saint-Serveur vertreiben? Ja, uns wurde leider erst bei unserem Eintreffen am Schloss klar, wie schwierig das sein würde. Als wir dort ankamen, war bis auf das Schloss alles zerstört. Und dieses Schloss thronte über allem, wie eine Festung auf einem Berg. Das war genau das, was Saint-Serveur ausmachte. Es war eine Festung auf einem Berg. Verdammt, seht euch das an! Sicher, dass wir hier richtig sind? Unsere Jungs haben mir anscheinend alles platt gemacht. Oh Mann, diese Typen werden sich wohl kaum ohne Widerstand ergeben. Was meint ihr? Ihr kennt unseren Befehl. Sorry, Leute. Na, wenn ihr alle verrückt genug seid, da reinzugehen, dann bin ich auch dabei. Wir haben versprochen, euch zu helfen, aber doll. Wenn wir da reingehen, kommen wir nicht mehr zurück. Dann war es mir ein Vergnügen, euch gekannt zu haben. Wer am Ende noch lebt, hat gewonnen. Und das werden wir sein. Und damit willkommen zurück. Bad Brothers in Arms, Earned Blocked. Wir haben wieder zwei Teams. Oh, komm ich da nicht durch? Okay, da komm ich nicht durch. Also komm ich hier schon mal nicht hinten rum. Toll. Campbell, Paddock, Feuer konzentrieren! Hey, wir müssen hier, wenn wir wegkommen. Vielleicht um mal ein Team hier herum. Die schießen auf mich! Mist! Magazin leer! Die anderen sollen mal ein bisschen Teuerschutz geben. Campbell, Feuer frei! Mist! Mist! Wir sitzen ganz schön in der Klemmerin. Ja. Ja. Gut. Dann kommen wir mit dem Vorrücken. Beziehungsweise hintenrum. Jawohl. Komm her, Kamerad. Du bist meins! Ja, komm. Wo ist der Sack? Ja, aufgeben werden sie bestimmt nicht. Das hat ja gar keinen Sinn. Ich glaube nicht nur, dass du getroffen bist, du bist schon fast tot. Oh Mann ey. Wie du das hin und her gehst. Vorsicht, ich werfe eine Granate! Oh, 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 oh. Das hat die Granate fast auf mich selbst geworfen. zu hart Scheiße ich muss nachladen, nein! Wieso treffe ich den Wichser nicht? So einen habe ich Den habe ich auch Und ich glaube da oben kommen schon die Nächsten Die machen mir jetzt gerade ein bisschen Stress hier Ich komme nicht unter mir ran Oh Scheiße Ich habe nur einen Schuss abgekriegt hier Sehr schön der blutet, der wundet Der verpisst sich Ja hinter einer Laterne verstecken, das ist gut, das ist auch gesund, glaubt mir Ich muss den Treffen, ich muss gleich wieder oben abbrechen Einmal Ah shit Jetzt habe ich ihn Ich bin hier durch Ich bin hier durch Da kann ich vielleicht Hä? Wir nämlich Ah, das ist sehr schön Das schieb doch Das schieb ich ab gerade Was ist denn bei der Jungs? H lament Manche kommen hier an die von hinten ran. Aber lasst euch nicht abknallen von dem. Geht hier entlang. Ich weiß nicht wie das trifft uns sonst. Kommt hier. Hier her. Genau. Wir versuchen von der linken Seite an das Rand zu kommen. Zu mir! Campbell! Mir nach! Ach, das war Blödsinn. Wir gehen hier durch. Hier hinten entlang. Hier aus gibt es bestimmt eine Möglichkeit. Los, Bewegung! Paddock! Campbell! Schnell! Los, los, los! Ja. Verstand! Feuer! Paddock! Feuer frei! Ja, du bist ein Held. Ganz allein. Oh, Panzer! Da drüben ins Tempel! Nach da drüben, los! Panzer ist ganz schlecht. Panzer ist ganz, ganz schlecht. Jetzt muss ich wieder was... Da drüben in Stellung gehen! Schießt weiter! Oh, scheiße. Panzer. Ich kann dort nicht hin! Scheiße! Los, Paddock! Los! Und da oben ist das fucking MG. Angst! Und der Panzer kommt! Alle hierher! Kämpeln! Los, komm! Alle aufrücken! Ja, 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 ja. Komm, 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 komm! Ich muss erst mal jetzt was suchen für den Panzer. Dasselang wir nichts haben. Scheiße. Wir müssen mal kurz hier bleiben und verweilen. Ich werde mich schossen! Darüber! Nach da drüben! Hör doch! Los! Ich muss erst mal die Situation angucken. Ich muss erst mal die Situation angucken. Wollen wir nicht festkommen irgendwie. Vor allem wollen wir hier irgendwo Kisten finden mit... Munition. Beziehungsweise mit Panzerschreck. Sch... Oh! Aaaaauutsch! Nein! Ich komme da nicht drüber! Scheiße! Neuladen, das ist... Das ist gar nicht einfach. Oh mein Gott, da sehe ich aber auch nicht mehr so gesund aus. Das ist echt schwierig. Das ist nicht einfach. Vor allem, ich muss jetzt hier irgendwie was finden, wo wir... Paddock! Beeilung! Darüber! Verstanden! Red! Sie lieben die Karte! Verstanden! Das Begleitende heißt Red! Stürmer! Sperrfeuer! Campbell! Feuer hat aus allen Rohren! Bauerfeuer! Ich werde mich schocken! Ich werde mich schocken! Das NG hier geht gestoppt. Sie kommt noch nicht von der Seite aus. Oh Scheiße! Ah! Die können ja alle auf mich schießen! Ich brauche Hedock! Zeigen wir es denen! Oh! Kann ich hier vielleicht eine Granate rein? Ich werfe eine Granate! Ja! Nein! Scheiße! Die ist kacke gelandet! Granate! Komm mal alleine! Jetzt ist sie gut gelandet! Und? Scheiße! Ich habe das schon Point. Ich habe hier nichts gefunden! Waff da jetzt! Was hat das denn hier oben rum irgendwie? Ich habe hier irgendwie einen scheiß.. Fuckin.. Panzer. Ja, der Drecksack, der kann mich nicht voll ins Gesicht nehmen. Du Hund. Vorsicht, ich werfe eine Granate! Ah, die fliegt zu weit, die Drecksgranate. Ich werfe eine Granate! Der ist unbeeindruckt von der Fuck-Granate hier. Ja, das kann ich nicht schaffen. Wieso denn das gehen, Alter? Von der einen Seite kommt ein Panzer, von hier kommt... Was weiß ich was? Ist eigentlich unschaffbar gerade hier. So. Das ist ein Dixer, hab ich. Kempel, bei mir sammeln! Paddock, alle aufrücken! Ja, die kommen jetzt von der linken Flanke erstmal neben. Vielleicht sind die linken Flanke, wenn man sich damit macht. Ich bin getroffen, aber alles okay. Ich bin okay. Vorsicht! Sperrfeuer! Kempel, weiter Feuer! So eine geile Ausfrage. Kempel, weiter Feuer! Wievre, weiter Feuer! Zweite habe ich. Zweite habe ich auch gleich. Ah! Noch nie! Stürb colchent. So, jetzt aber. Ich muss mir gar nicht so weit vorgehen, da drückt sich schon der Panzer an. Wir müssen doch irgendwo Panzerschreck rumliegen. Die ist direkt davor gelandet. Und von hier kann ich ihn leider nicht auslösen, da komme ich auch nicht ran. Jetzt ist die Frage, wie komme ich an den MG-Schützen, ohne dass ich gleich raufgehe. So erwischt er mich. Vorsicht, ich werfe eine Granate! Ah, der Wichser! Ich hab' nicht so erlebt, das ist mit Absicht so wahrscheinlich. Da oben ist der Panzer. Ja. Klar. Ich lass' jetzt mal meine Jungs mich da drüben stehen. Und geh' mal alleine kurz. in der Nähe der MG-Stift. Du, der Panzer voll schießen. Ah, der Panzer wird kurz gleich auf mich los schießen. Wir müssen mal kurz wegknocken, dass sie hier runterkommt vielleicht. Fahr' hier runter, du Drecksack! Komm! Hol' mich! Hol' mich! Komm! Ja komm! 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 Hier runter! Ja, fahr' hier runter! Genau! Ja, Baby! Komm! Fahr' runter! Oh Mann, bist du feige, Alter! Komm her! Guck mal, wie hier stehen bleibt! So eine Pussy! Komm! Der weiß ganz genau, was ich vorhabe! Oh, so musst du mich nie treffen! Du musst schon drüberkommen, drüberfahren! Ich muss ihn hier reinlocken, nämlich hierher! Komm hierher! Dann kann ich nämlich kurz an dem vorbei rennen. Kommt der? Okay, er führt zu meinen Kameraden, so wie es aussieht. Ich hoffe, dass die sich schützen werden gegen den. So, auf jeden Fall müsste er jetzt die Mg-Stellung sein. Hä? Wie jetzt? Wo ist er denn? Wo ist die Mg-Stellung? Ah, da ist er! Oh ja! Ich renne direkt dran vorbei! Ich fett! Oh mein Gott! So, und hier gibt's nämlich Material für uns. Wo ist der Panzer? Der muss doch hier irgendwo rumeiern! Da ist er! Hi Panzer! Ja! Zeig mir mal deinen Arsch! Der ist durch ihn durch geflogen! Ich glaub's nicht! Ich... Ich... Das glaub ich jetzt echt nicht! Jetzt fliegt... Fliegt das fucking Teil durch den durch! Echt jetzt? Oh! Oh! Panzer! Scheiss! Jetzt muss der hier direkt rumeiern, ey! Der Hund! Komm her! Ja! Na? Wieso holst du ihn denn? Das ist alles heilig! Wo ist er tot? Jawoll! Boah! Sammeln! Gruppe! Sammeln! So, meine Jungs hier herholen! Ich mach wieder mein Gewehr! Boah! Was für ein Act hier oben! Schnell! Los, los, los! Paddock! Los! Komm mal hierher! Wir müssen mir jetzt helfen! Die da hinten rückt sie euch irgendwie... Geht mir Feuer! Tempel! Sperrfeuer! Macht schon! Das klappt nicht, Red! Nach da drüben! Paddock! Da drüben in Stellung gehen! Auf jeden Fall irgendwie müssen wir jetzt irgendwie Schuss nehmen hier drüben! Geht mir Deckung! Ich werde mich holzen! Los! Feuer! Tempel! Schaltet sie aus! Los! Ich werde mich kosten! So, ich versuche mal von der linken Seite heranzugehen. Vielleicht kommen wir hier durch die Häuser. Ne, das geht nicht. Es gibt nur den direkten Weg, wo das aussieht. Feuer! Feuer! Oh, ich frage mich auch keinem Gewehr mehr zu sein und gehe. Ja! Ne, das geht nicht. Es gibt nur den direkten Weg, wo das aussieht. Sollte ich mal beim Kamerad wieder frische Munition holen! Geht mir Deckung! Granate! Granaten! Ey, der Sack hat sie zurückgeworfen. Granate! Und du. Ey, der muss sich nur weg, der Sack. Jetzt habe ich keine mehr. Ich brauche Munition. Ich habe keine Munition mehr. Dann raus und verreck ich gleich. Schießt weiter! Schießt weiter! So. Geh einmal kurz hier rüber. Ah, guck mal, hier kann man entlang laufen. Hätte ich das gewusst. Scheiße. Gib mir Feuer, Paddock! Du sag mal, könnt ihr mal schießen? Diese könnten hier rumeiern. Oh. Ey! Ich habe doch gerade Munition von dem geholt. Wieso habe ich... Habe ich für's sogar für bloß gekriegt? Komm! Komm! Könnt ihr den mal treffen? Jetzt hat's ihn erwischt. Darüber! Campbell! Los! Darüber! Komm hier her, ich brauche Munition. Ich brauche Munition für meinen M.B. Jetzt. Toll, da ist wieder ein M.B. Ich nehme mal rüber. Ne, die schießen nur von einer Seite. Ich bin jetzt in vorne. Feuer konzentrieren! Hedock! Sperrfeuer! So, den Hedock. Und wir kommen... Ah, scheiße. Wir kommen da nicht ran. Okay. Vielleicht wo man... Ich probier mal. Vielleicht komm ich da hinten weiter. Ja, von hier kommen wir. Geh leicht ran. Und jetzt kommen keine Gegner. Wundert mich ein bisschen grad. Schnell! Campbell! Im Laufschritt! So, da kommen wir hier entlang. Jungs. Von dort aus können wir sie uns schnappen. Das hat auch was im G aufgehört. Ich glaube, die haben es gerafft. Wie ist da nochmal eins? Oh! Oh mein Gott! Das sind ja mehrere Schnellungen. Oh, ich bin jetzt glaube ich gerade dabei. Das ist eine andere andere. Oh nein! Oh nein! Kann ich vielleicht mal meinen Jungs hier her holen. Wieso muss immer ich in die Scheiße rein dappen? Oh, der schöne Panzer. Na prima. Na super. Ja, ja! Ich weiß schon. MG-Stellung etc. PP. Panzer. Ganz toll. Kommt jetzt noch ein Luftangriff. Werft die Bomben ab? Nö. Toll. Hätte ja sein können, dass die ein paar Bomben abwerfen. Ich muss wieder zurück. Das hat so keinen Sinn. Von dort erwischt er mich nur. Hi Jungs! Bequem? Schön. Weitermachen. Ich muss nur ein bisschen spazieren laufen. Und... Jetzt ist das verfickte MG schon wieder besetzt. Ey, ich glaub's ja nicht. Ich hab die doch grad ausradiert. Echt jetzt? Ja, schön. Das war toll. War ja klar. Hä, 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 hä. Keine Ahnung, ob wir's heute noch schaffen. Keine Ahnung. Vor allem wie. Die Guide-Sales hätten mir ruhig ein Panzer mitgeben können. Haben sie nämlich auch nicht gemacht. Ah, ich hätte mich auch heilen können. Haben sie auch nicht gemacht. Kempel! Paddock! Darüber! Die sollen jetzt auf jeden Fall mal helfen. Vorreckt, dann muss ich halt... hier was anderes anfallen lassen. Nach da drüben! Kempel! Bewegung! Oh, wo kommen die jetzt her? Ah, das kann doch nicht wahr sein. Die waren doch grad wirklich da. Das gibt's doch nicht. Wo kommen die jetzt her? Alter! Ja, was geht denn ab hier? Es kommt mir, Deutsche! Ja, der ist erledigt! Ich glaube, dass ich mir geschäft bin mit denen. Da ist noch ein Panzer. Da ist noch ein Panzer. Gute Sache. Ah, Panzer! Röschel! Auffrischen und neu laden. Panzer war auch da. Das war jetzt ein bisschen Kamikaze. Aber... Kempel! Schaltet sie aus! Paddock! Sperrfeuer! Darüber! Sperrfeuer! Die Wichser, die sind ziemlich hier. Den Titanic! Oh, Mist! Da sind noch mit... Au! Geil! Die haben mich gleich abgeknallt. Super. Perfekt! Besser kann man doch gar nicht sterben. Das war grad echt super. Jetzt muss ich warten, bis die hier herkommen, oder was? Hm. Toll. Hempel! Hedock! Los! Feuer! Auf geht's! Spörfeuer! Was ist los? Da sind noch mehr! Dann hat man keine. Feuer! Lässt ihr Schatz sind fest! Macht sie fertig, Kempel! Zeig keine Gnade! Treff ich nicht! Ich hab das falsche Team an, wie ich gehabt habe. Feuer! Ja, jetzt könnt ihr die mal ein bisschen hier... gearbeiten. Ich schau's mir nochmal von oben an. Das Problem ist halt einfach, der Panzer wohl da rumsteht. Komm, wir machen einen auf Kamikaze. So geht das, Jungs! Seht ihr das? So geht das! So! Ich hab vergessen, dass da auch noch einer drin ist. So, jetzt wird's aber grad ein bisschen peinlich. ... Keine Ahnung, wie ich die schaffen soll. Ich weiß es nicht. Das ist ne verdammt blöde Situation, wo ich grad festhänge. Wenn wir vielleicht rechts entlang gehen, oben entlang. Aber da ist der scheiß Panzer. Da kann ich nicht in die Häuser rein. Da ist ja zu. Wir haben gar keine Gegner hier angezeigt. Campbell! Bei mir bleiben! Paddock! Hierher! Komm mal hierher! Komm! Komm! Vorsicht! Boah! Ich krieg ne Krise, Alter! Das ist das scheiß MG, wo mich da wegrotzt. Alter! Alter! Das ist das fuck MG, wo mich der die ganze Zeit erwischt. Jetzt weiß ich's. Deswegen, wenn ich da hochläuf, lass ich mich da erwischen. Klar, wenn das MG... Hey. Natürlich, was denn sonst? Ich muss weiter nach vorne. Ich muss in Richtung der Kisten hier. Campbell! Im Laddock! Los, Bewegung! Oh, hier muss ich hin. Hier bin ich geschützt vor dem MG hier. Wahrscheinlich sind wir das nicht immer gestanden. Wieso habt ihr die denn nicht weggebrotzt hier? Wieso habt ihr die denn nicht weggebrotzt hier? Ihr seid einfach nur... Nach dat los! Ihr seid einfach nur scheiße in der Birne, Alter. Boah, wieso können sie nicht auf die schießen? Ist da irgendwo... Ich komm gleich wieder, bleibt mal hier jetzt. Oh mein Gott, ey. Mann, sind die doof. Mann, sind die doof. Ich sag, die sollen da hochgehen und die schießen nicht auf die. Das kann ja nicht wahr sein, oder? So, ich untersuche jetzt mal da vorne, ob ich hier irgendwo... eine Kiste finde mit Panzerschreck. Weil der Panzer kommt ja auch schon. Schön. Also hier ist auf jeden Fall nichts. Das ist hier quasi schon mal nichts. Das ist hier quasi schon mal nichts. Nee, 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 nee. Aber nicht solange er mich in Ruhe lässt. Wenn er mich nicht mehr in Ruhe lässt, dann hab ich ein Problem. Hey, kaum guck ich auch raus. Schon kriegt er mich, der Wichser. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Kaum guck ich aus dem beschissenen Loch hier raus. Was? Paddock! Alle Mann sammeln! Kempel! Kommt her! Schaltet sie aus! Feind unter Paddock! Los, zeigen wir's denen! Werde ich ja wohl fliegen, oder? Holst sie euch! Ich fahrt sie auch nicht, sehr gut. Ja, zweimal. Das ist glaube ich nur einer. Komm! So. Und jetzt hol ich mir das MG. So. Wo ist jetzt das andere MG? Das ist irgendwo da drüben. Und das komm ich nicht ran. So müssen wir nicht von hier, aber ich probier's. Probier'n ob ich vielleicht. Ich versuch' mal was. Ich muss die ablenken. Ich muss dann das MG irgendwie auf meine Truppen dann hier hin gelenkt bekommen. Aber warte mal. Da vorne war doch auch noch... Bei der anderen MG-Stellung war doch auch noch Dings. Hier. Hier sind doch auch noch Granatwerfer. Der müsste ich doch den Panzer auch schaffen. Ich kann ja auch den Panzer hier vorlocken, da kann ich ihn hier platt machen. Aber wie man da irre wird, wie zu... Das ist schon der Hammer. Da wird man wirklich irgendwie Volküre im Kopf. Ja, der Panzer kommt. Ich höre zumindest mal, dass er hier rumrollt. Dann können wir uns um das MG nämlich dann kümmern. Ganz gemütlich nochmal den Panzer nicht im Nacken. Wenn wir den erledigt haben... Dann haben wir dort zumindest mal ne Ruhe. Oieieieiei. Ich glaube das war ein Treffer. Wo sind die Scheißding? Wo sind die Scheißding? Was ich gerade machen soll. Wenn ich den hier erledigt habe. Ausholkretter. Der hat geschossen. Aber er raucht. Er macht Smokings. So. Mal. Komm jetzt nur ein, zwei Schüsse. Dann wird er wahrscheinlich... ...endlich platt sein. Dann haben wir ihn geschafft. Schön, dass er raucht. Das ist schon mal gut. Er hat überlebt. Ich glaube es nicht. Der Hund. Wie lange sind wir jetzt schon an der Mission? Eine gefühlte Stunde. Ohne Scheiß, Mann. Und tausendmal gestorben. Das ist nicht normal hier. Ohne Scheiß. Wie bleibt er noch? Er raucht glaube ich schon dunkler. Ich weiß es nicht, ob die dunkler rauchen oder nicht. Wenn sie bald kaputt sind. Auf jeden Fall hält er verdammt viel aus gerade. Das war gerade ein Volltreffer. Auf seiner rechten Seite. Oberkante. Oberkante Turm. Geschützturm. Also wenn ich das geschafft habe, mache ich drei Kreuze im Kalender. Ohne Scheiß, ey. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Vor allem, dass der so überlebt hier gerade. Der Panzer. Das ist auch nicht normal. Jetzt habe ich ihn. Das war's. So, jetzt ist das hier im Geh dran. Und hier muss ich jetzt mal gucken, wo es überhaupt ist. Das ist da vorne. Wenn hier es keinem geht. Doch, da ist es. Und es fängt schon an, auf mich zu schiessen. Wir werden mal unsere Treisse anders platzieren. Hier bin ich schon zum Tal drüber. Guck mal, ist der Panzer tot. Oh, die haben sogar einen erledigt. Das glaub's nicht. Da drüben. Feuert aus allen Rohren. Oh. Oh. Feuer! Paddock! Sperrfeier! Darüber! Da wischen sie den. Ja, 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 ja. Wie kriegen die den nicht? Zeig kein Kempel! Gebt mir Feuerschutz! Hier ist der. So, einmal. Da ist aber noch einer. Sperrfeuer! Paddock! Feind unter Beschuss nehmen! Oh, der Kiegel. Weiter Feuer! Kempel! Feuer verlagern! Feuer verlagern! Das Problem ist, ich hab jetzt hier festloch. Ja, ich sitz auch fest. Aber ich hab ihn getroffen. Und. Tod. So, jetzt müssen meine Jungs hier irgendwie herkommen. Nach da drüben! Paddock! Bewegung! Verrecken ist auf die. So, dann kann ich nämlich über die Inke Flanke kommen. Weil soweit geht das im Gegenteil nicht. Ja, jetzt verrecken sie alle! Fuck! Lebt da noch jemand? Von bei uns? Das erledigt sie! Das erledigt sie! Alter! Weg hier! Nach da drüben! So, wir müssen sie verlagern, die Jungs. Nach da drüben! Marsch! Im Laufschritt! Alter! Das ist doch schwer! Viel sind ja nicht mehr übrig! Nur noch zweit! Ne, jetzt sind wir mal drüben! Zeig keinen Prior! Oh man, man, man! Versuchen wir vielleicht von der linken Seite hier ranzugehen. Na ja, wenigstens ist ja nicht krank! Aber wenigstens ist kein Panzer dabei! Oder kein MG42! Scheiße, keine Munition mehr! Keine Munition mehr! Freier! Gruppe! Aufrücken! Marsch! Gruppe! Sammeln! Passt auf, dass ich nicht abgeknallt werde! Von daher! Hier, nimm einfach! Dankeschön! Wie nett! So, der ist tot! Aber da hebt noch einer! Ich glaube auch, dass es danach geschafft ist! Wenn ich komme und dann... Ich... Wüsste es nicht, wie ich weitermachen soll! Gebt mir Feuerschut! Freier! Wenn ich Leute habe! Angriff! Angriff! Was? Die Kante auf den Filmfeuern! Was war das? Die stehen unter Wischung! Schau mal! Die stehen ganz schön unter Druck! Jetzt kommen sie natürlich nicht mehr raus hier aus ihren Löchern! Versuchen wir von der rechten Seite hier ranzugehen! Hey! Wenn ich die Vision geschafft habe, dann bin ich echt wirklich... Das ist wirklich verhammer! Ich glaube, das Spiel geht nicht mehr lang! Wenn es mal so schwer wird! Was? Zeigt! Marsch! Feuer konzentrieren! Komm! Zeigt denen, was denn der Hake ist! Ich schaue! Ich schaue! Geil! Wenn das gut erwischt! Komm! Stürmt die Scheiße hier! Angriff! Angriff! Feuert aus allen Rohren! Freier! Los! Angriff! Marsch! Angriff! Wie sollen die angreifen jetzt hier? Holt sie euch! Verdammt nochmal! So, gut! Perfekt! Was? Neues Missionsziel? What? Die Hölle geht weiter? Jetzt habe ich gerade gedacht! Wir haben es geschafft! Und wir sehen uns im nächsten Part wieder! Sorry, dass ich so oft... Ich war jetzt gerade fast ausgerastet! Also jetzt habe ich wirklich keinen Ausweg mehr gewusst! Aber geschafft ist geschafft! Egal wie! Und wir sehen uns im nächsten Part wieder! Ciao!